ja was sind am Pilt Over Custom Blitzcrank so sick das ist lustig ja die Gegner von Spirit Guard UG oh der ist der größte Scheiße wenn ich spiele Masa Yi alles klar die Kreative Täter 1 7 die Kreative Täter 1 wenn das Ziel steht für Katelyn um Riven und Miss Fortune sind Pre-Mate und bei uns Kalister und Fizz hallo was ist mit uns ja und natürlich wir beide sind wir etwa Lappen oder was muss man endlich sein ITH in den Ausrüsten ausrüsten wie sich das auslöst k könnte ich eigentlich mal ausrüsten dann hast es halt vorne und hinten stehen juckt doch nicht habe ich bald auch wenn ich 13.000 habe wohl es erst mal vielleicht ja ich bin klar angeschätzt am besten an Bord Lerner Zeit und wieder da will werden damit wird wieder da wird wenn die Anwalt ja okay so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lied of Legends wie ihr seht damit Projekte laufen beide extra in die Mitte weil es einfach so geil aussieht was kommen wir einmal tanzen das ist sogar wieder tanzen damit Projekte habe ich auch so ein Ding ne leider nicht schade okay ich bin da mal weg Mio man weiß ich nicht ich sage immer SS da unten weiß ich will mal helfen sagen und die Sache ist es die habe ich eigentlich gegen mich um also ich habe im Jahr der Richtigkeit verbindert gar keinen Bock abdruckbar heißt dass ich nicht oben anfangen Ja, die fangen da an. Wenn die Star wurden sollen. Also hinter der Mama. Na, so alleine da hinzugehen fand ich ein bisschen blöder. Ich wollte nicht so tief rein, deswegen. Außerdem wollte ich... Ein Blitzcrank in Wäden ist immer richtig lustig. Mhm. Außerdem wollte ich auch so. Außerdem wollte ich wissen, wann die... Ach, scheiße, ich hab's gar nicht gesehen. Die fahren sind schon da. Ja, ich will die ganze Zeit sagen, außerdem wollte ich wissen, wann die den Blum machen. Wann der beim Blum ist. Ich hab mich gerade so übelst gefreut, ja. Und dann so, na. Ich hab ne Dingensmitte. Womit fangt als nächstes an mit E, ne? Und dann hab ich mir so gedacht, ja, das ist dann bestimmt nicht so stark, aber... Ja, Leute, wenn ich jetzt ein bisschen verkacke, äh, wundert euch nicht, ich fang das zweite Mal jetzt Bot-Zeit also bei den Steinen an. Und nicht wundern, wenn ich verkacke, äh, ich bin natürlich mein Bestes so wie immer. Jo, scheiße. Hegel, ne Luchs ist immer ein bisschen kompliziert. 14 Leben, ja, guck genau, der aus diesem Grund fang ich immer Blue an. Hätt ich da machen können. Ja, ja, aber der war ja diskonnect. Scheiße. Bist du wieder da? Hm, jetzt steh ich direkt wie so ein Dummi da, schade. Also steht ja immer, aber... Ja, vor allem, ja, ja, ne Lumi. Hallo, da hält nicht viel aus. Mit Irelia hab ich gerade eben wenigstens noch Grad so geschafft, ja. Hab zwar drei Heelpots eingeschmissen, aber... Du, jetzt das ganze Spiel von vorne. Du hast gar keine Lulu. Ja, ach, nee. Ich hab da eben gesagt. Ja, so, ich hab dir nicht zugehört. Und ich war mit dem Exekuten beschäftigt. Achso, ja, okay. Dann nehme ich dir, dass man nicht übel. Danke. Der Fis AD? Sehr geil. Nein, nein. Ergorens. Hallo AD Fis, neue Meter, muss sein. Du musst den mal Jungle AD spielen, ja? Ja, hab ich gemacht, aber ja, aber ihr sagt mir ja alle wieder, nein. Nur weil immer, guck mal, immer wenn ich irgendwas austeste, verkackig übelst. Einfach nur, weil die irgend so richtige Noobchamps haben oder die A. Geil, Udia, Udia. Hier, Udia. Ja, guck mal, ich bin mit ihm. Hä? Kommt der da rüber? Oh, hier ist Lux. Fuck, hier ist Lux. Und Luis Lux kommt noch. Na, guck mal zu. nicht als doch wieder mit aber es wird und los ich will wieder noch kommen kommen werden mit mir ein Jahr nicht und sie geht so rein da war ich ja irgendwie da weg muss da kommt mal ich kann sagen wir müssen noch nicht hier gemacht oder ja die musste ich ja machen halt geil alter er nur weil ich schande gehen muss ne ohne scheiß jahre ist die länder ich am wenigsten kann ohne scheiß denken geht jetzt denken geht einigermaßen aber guck mal hier was das für ein scheiß start und entkommen dann die lux alter ist der gestern war locker hinter mir der hat mich nie im leben getroffen ich will zwei bin ich weiß keine sorge aber ich bin diesmal besser als letztes game ja letztes game war nämlich ich war irelia irelia bin ich nämlich echt boss das dies nur ist dies nur genau wie es nur die stand 8 1 und dann Louis hat in der Mitte ein bisschen reingesackt gegen Reis wie gesagt Niklas es liegt am skin genau es liegt einfach am skin immer wenn der Shockblade skin spielt dann verkackte übelst ja ich hatte letztens ein Panther ok mit Projekte hatte ich zwar schon in der Joghauer mit Projekte hatte ich zwar schon irgendwie fünf Panther aber aber guck mal her ich hab meinen ersten Panther mit Master Yi und guck mich an ja und zwar auch mit äh Jungle Fallen ich spiel den auch noch nicht so lange ich weiß gar nicht weiß immer ein normaler Max Max ja immer die Q also aber der Fister nimmt übel aus now when you got three six when you got three gut ist ja Master Yi wenn du bei den Vögeln bist du kannst einfach äh die Vögel die kleinen sind halt immer direkt da äh direkt weg sind halt immer direkt tot okay Udi war Botzeit Lulu ist Low du bist Low na gut jetzt nicht Low aber achso ich hab meine Q gar nicht ich mach die E an will Q'n na und hab die gar nicht ich muss mich voll dran gewöhnen dass das so eine übelst lange Abklingzeit hat ach ne ich weiße ich hab mein ganzes ich hab mein ganzes Jahr jetzt geklärt aber ich hab Angst die Krabbe zu machen weil Udi da gerade war und er ist ja jetzt ein Vorteil dadurch dass ich zweimal gestorben bin ich mach das jetzt noch mal an dass ich da jetzt mal als erstes das Blät ich in die besten Welt welches Blatt was am Anfang das ist zu lernen das wäre nicht ich mach das manchmal so ist warum man es in Bauer auch an man manchmal größer am Anfang auch um wie heißt es manche Beute am Anfang Jumos ich mach jetzt mal einfach das Blät also dass ich nicht weiß ich weiß ich weiß ich welche Zeit ich mir am besten als zweites hole ich mir erst der Tee oder um ich will Blätter für den Kings naja aber habe ich auch würde ich auch nehmen noch das am sinnvollsten ja hallo Luchs ist auch wieder da ne Alter der Fiss der knallt die älter ja der knallt die übel hallo ist es ist Fiss ne musste man denken ah aber der na gut na gut ich habe gerade überlegt nach oben zu gehen aber würde ich nicht schaffen dahin zu kommen in der Zeit ich habe so einen Drang hier zu smiten irgendwie aber ich will nicht weil ich der äh ok ich lauf einfach in die falsche Richtung weil ich aus Versehen auf die Karte gedrückt habe und die ist schon längst weg ja aber komm ich hab wieder aufgeholt ich bin auf dem Stand der Botlane das ist normal ich bin als Jenga sogar meistens früher ja 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 mit Irelia hast ja gesehen kannst du mal ganz kurz mitgehen ich hab ein bisschen Angst vor Lux sie ist Level 7 na gut ein Level aber guck mal der Farm ja ich komme mit dir ist warte nur nicht mehr durch holten und dann rein an die Weise ist er wird geordnet 2 hätten UD ist ja irgendwo Lux Mist ne ich bin ja jetzt ja ich hab das immer so sobald die weg sind irgendwie hätte sein können das jetzt in den Jungle gegangen ist weil die dachte ähm oh hier ist eine Lulu zu jeden Fall zu viel Proof die Luxe ne ja also ich würde ja in seinen Jungle gehen komm mal hier eigentlich rasieren die dir easy weg ne aber für den UD ist Jungle gehen wäre ich jetzt gerade oben ne das Levels UD der ist auch nur Level 6 ich hab sogar mehrfach als sehr und ich bin ja ich bin die 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 läuft schon so gut die die meint ich war leckt äh ja wir haben ja hier gerade eben Gin gespielt ne ja nächstes Mal wenn ich Gin spiele Level 4 nice hier unten ist kein Wort drin rein theoretisch könnte ich kommen aber die weiß es trotzdem so oder haltet die sich einfach nur so schreien ja guck sie dir mal an soll ich schreien soll ich schreien ich warte noch und warte ganz kurz ah nein die wartet auf die nächste Minion jetzt naja du sagst auch fuck du sagst jetzt und dann bin ich rein und dann läuft sie gerade weg ja geil wer gut weiß das ist wirklich nicht ne ja ja da war ich kein Wort drin aber trotzdem hat die die hält sich definitiv die ganze Zeit einfach so defensiv aus auf du machst die Krabbe was zu leben nö aber ich hab mein Devorah jetzt fertig mach doch den Blut zu Ende ich hab grad keinen Bock auf die Luxe dann hab ich mir einfach gedacht nicht mehr meine Auszeit machen wir die Krabbe kann man ja mal machen ne ja ja jetzt noch im pink das lustige ist ja Urdir ist die ganze Zeit bot lane und die äh von uns die bot lane rasiert die andere bot lane trotzdem weg nö ah ok werde ich jetzt nicht so zoller ich hab falsch gedrückt guck siehst du die rasierenden trotzdem übelzweck ne nö da ist sie guter denn es geht auch gerade hin ja hast du gerade auch gedacht ich mach dir so aber der ist zu schnell dann nehme ich mir mal den hier ne hier ist ne Luchs ja ich werd ich werd gehen ich werd gehen jetzt kommt noch ein Eintracht alles klar die Uhr aus dem Seelen das ist einfach voll krass bei ich baue ja fahrende hat und jeder ist der dritte oder fünfte und weiß ich nicht genau Prozent nicht in diesen Busseil besorgt sind verstärkten Autodepter Jodet der Mensch was das gesehen ja ich hab mich hingekommt hier bei der Strahl ja und hier bin ich gestorben was ist so lohnt sich fast ich könnte fast Schuhlern nicht weiter ich könnte das beschwören hätte mich eigentlich nicht getroffen habe ich mir auch gedacht als die Lux mich getötet hatte mit dem Star mich mit dem Star getroffen hatte weiß er weiß warum ich da die Tür gemacht habe ich hätte vielleicht ich werde vielleicht durch die Wand aber ich war mir halt nicht hundertprozentig sicher ob ich das schaffen würde ich könnte noch mal kurz die Efe gebrauchen ja ich komme jetzt das klappt schon richtig ab warte ich kann ja hier ah hier ist Lulu nur es macht einfach viel zu krassen der Menschen da ist gar kein Tower mehr ja dann alter so die ist zu schnell das ist dein Ernst ja irgendwie schon ne ich kassier sogar Damage ja ja und ich ähm ich hätte jetzt ein 4 am besten übrig lassen sollen der Blitzcrank hat die Miss Fortune noch bekommen sorry Luis aber soll ich jetzt mal meinen Grund sagen ich brauchte Valra Stacks Luis geh mal bitte Bot Lane ah die letzten drei Games wo ich immer aufnehme kommt immer ein ungewählter Gast dazu äh keine Ahnung wer das ist weiß ich auch nicht hab ich jetzt schon wieder aufnehmen wollt ihr mich irgendwie vergaggeiern ja das ist jetzt schon das vierte Game oder so ja hallo wir machen dauerhaft jetzt bis halb vier dann musst du Luis aufhören ja warum nur lol weil wir es können genau weil wir keine lol Hater sind ich bin auch kein lol Hater ich hab's nur dieses Drecks Game was nein also im Moment ist ja dein Lieblingswort Marp und was und ihr fehlt hier was für ein Marp was für ein Marp weißt du warum ich brauch die Valra Stacks nicht los ja ok das war jetzt verdient das war jetzt lass mal ein Udys Jungle gehen oder lass den lass den Rift hier rein machen ja lass einfach gar nichts machen ha 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 hallo Yolo greif du mal von hinten an bitte hilfst du auf der Seite geil bist du auf der Seite geil willst du den nehmen oder soll ich ja ich nehme mir Marp danke aber du nimmst ihn dir ja sowieso immer ne ja eigentlich wollte ich es gibt da jetzt keine Regel mehr nein nein also es war ja früher immer die Regel der Laina kriegt dann der Jungler und jetzt heißt es einfach nur noch Luis nennt jetzt heißt es nur noch Luis nennt ich würde einfach nur sagen der der als erstes drankommt genau das ist einfach ein Wettkampf ja einfach so ein Wettkampf würde ich mal sagen ich will besser sein würde ich genauso sagen ok Björn es war schön mit der Smalltalk zu führen möchtest du noch drinnen bleiben und mit Smalltalk fühlen ne was ne Missgeburt denk ich mir auch die ganze Zeit wenn ich dich sehe alles gleich es gibt ja keine Unstimmigkeit da ist einmal der rote Typ und der geile Typ er ist der rote Roboter und ich bin der geile Roboter Alter ich hab keinen einzigen Kill ne ich mach ich mache alles ne ja Shut the fuck up alter halt die Maul Lass mal Drake machen kann ich ihn alleine sag mal so ich helfe dir nicht ich versuch's einfach komm wir helfen ich hab heute nen Sozialtag Wattland sind trotzdem scheiße weil die mir kein Essen ja ist ne Lux hallo Lux alles klar fuck mich nicht ab hallo hallo oh mein Gott ich feier das gerade ich find das lustig jo alles klar ich hab Angst noch mal rein zu gehen aber ein bisschen Lifestyle hab ich ja schon ne sind wir wieder eingefordet gewordet guck mal die feiten da gerade alle aber die Botlin die rasiert schon alle vier alleine ne nein oder auch nicht ja ich helfe dir nicht würd ich auch nicht machen nein wenn da Ude also wenn das nur die hätte ich nicht geholfen ne ich muss immer sagen äh I don't help gas ist aber ja im Grunde genommen ist es so ok Drake 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 versuch immer zu stehlen wenn du kannst oder Flash rüberulte den das wär doch mal nice alter oooooooohh bitch please bitch guck mal guck mal der 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 ist übelst außer sich guck dir den an guck ihn dir an der macht einfach gar nichts mehr sollen wir mal rüber gehen ich hab Angst wegen Lux aber sonst was ist eigentlich wenn ich den jetzt geqt hätte wär ich dann bei dem am spawnen gelandet die Frage stell ich mir auch manchmal ich geh mal Red Buff weiter äh machen stell dir das mal vor halt so guck mal guck's dir an mein erster kill nein der Ude schade 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 war knapp war ein versuch wert fährt gerade ein bis jetzt habe ich meine holt ja eigentlich nur useless verbirgt verbollert bis auf was bis auf wenn er kriegt nur glaubt nicht oder die schüler hätten auch von lox 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 buch 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 wie eben gesagt useless useless ja ich habe gedacht ich bin jetzt im verrecken hallo ach du kommst da ja der flash war unnötig die riffen hat abgebrochen die will nicht die hat fiss gesehen alter dieser abfuck oh der ist so ein noob champ alleine ne warum gibt es eigentlich meistens für diese loob champs ne ultimativen skins ich meine es zu viel jetzt mal ehrlich es will da finde ich schon mit der q alter der ohne scheiß messen immer der teil von der städte die erstmal treffen mussten ja aber eine q wow wenn du so ein inkompetenter neue spieler bist wie felix ja so ein bisschen ja ich bin eigentlich noch da weil der mark felix nicht mehr ihr müsst wissen der felix der wühle willi ne der hat den björn geflämt dass er scheiß videos macht ja der meint björn macht scheiß videos also komm mal ich bin jetzt ein 022 master je aber na gut hab ich gesagt dass ich scheiße spiele nein tue ich nämlich nicht ja aber knapp war knapp alter wäre das dann nicht gewesen ne war knapp hahaha ja nice jetzt weh drücken weh drücken weh drücken schade schade hab ich grad gesehen ich warte hier einfach vor allem da hier irgendwo fehlt noch ein ud ne ich warte hier einfach da ist er ja na gut da könnte ich jetzt nichts machen wenn ich ein bisschen fighten soll und mit low weh drüber und dann einfach weglaufen ne ich hatte meine weh noch nicht also wir brauchen die nochmal 13 14 sekunden wär schön 20 oder also 19,8 hat die cooldown verlängert ja ein klein ja komm 2 kill stehe ich als 2 3 3 aber wieso bin ich gerade so scheiße muss ich fragen warum bin ich immer so scheiße nicht nicht ich habe zwar gerade erst im blubber von Udl genommen aber er wird er kann alle kommen für drei zwanzigste Minute und ich habe jetzt die Bauer voll gleich so viel haben er fahren bin ich eigentlich gar nicht glaub ich zumindest nicht nicht lassen wir den Farb bitte danke hast du diesen Fläch gesehen schade ah ich habe gedacht ich komme noch ran und kann ihn stilen nicht so uc useless ult lol bei mir hat es gerade geleckt ne ich bin aus der Q raus gekommen der stand direkt daneben ich habe Auto Attack an ne dass er automatisch anhittet und er bleibt einfach daneben stehen macht gar nichts und plötzlich denkt er sich ja laufen wir mal hinterher kommen laufen wir einfach mal hinterher genau laufen wir einfach mal hinterher ach mir ist gerade aufgefallen ich habe die Wauer voll nice weißt du was ein bisschen scheiße mit Masse ist du kannst nicht viel junglen weil der Jungle so schnell leer ist was will die Kalista alter die will nicht dass ich bei der bin ne lol meine Q hat nicht mehr aktiviert der PC alter der PC alter was sie der E die Kette der PC ne der KS einfach extra weißt du der holtet einfach im letzten Moment obwohl er schon übel slow ist der will einfach nicht ich schwöre die hassen uns ich schwöre die hassen uns ich hasse dir auch naja alter guck mal der ultet einfach extra das wäre endlich mein dritter Kill gewesen nein wir kämpfen kein Ding kein Ding ja tatsächlich ich kriege aber auch kein Kähne gut Entschuldigung aber das musste jetzt sein ich wollte nicht dass die Kalista einen bekommt dafür muss ich jetzt drauf gehen die Kalista hat aber einen bekommen nur so zu infor den Beinen ja aber die sollte nicht den bekommen so allein allein der Blitzkönig steht 4 3 ich bin besser dran oh was ein Lappen hab ich gerade auch gesehen ne der Farm der machte schön den Jungle und dann die die wenn du mich gerade mir sehen würdest wenn es sich so schlapp leute schlapp lachen so rum nun sieht sie einfach so eine Schale Nüsse vor mir so ein bisschen raus erst das so voll emotionslos, ne, so richtig gelang, weil sie sich da fressen, meine schönen Nüsse kommt von hinten, Luis hier sind sie, hier sind sie ja, komm naja, ich weiß noch nicht, wie viele oh fuck na fuck, ach die scheiße hallo, du darfst ja keinen Kills mehr lassen ja, wie soll ich denn zwei Kills auf einmal nehmen ganz einfach, gut sein hätte er mir den jetzt gesteilt, ne der Blitzcrank, der wollte schon wieder steilen, ne, ich fass es nicht, was der will hey, die Kallister, ne, die will mir nicht mal farm lassen, alter ja ich schwöre, die Kallister lässt dir gar nix ja, kommst nicht ran, ne sie kommt einfach nicht ran oh mein Gott, stehen bleiben so ein bisschen, also zu die Kallister will ich für mich, also ich schon, alleine weil sie ist scheiße ich bin nicht dumm ich weiß nicht oh 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 hat mich schon kommen hören okay ich geh ja ich geh mal lieber back da oben kommt eine ganz große Wave auf mich zu und Blitzcrank den Lasse war mal verwecken, ne Blitzcrank den Lasse war mal verwecken, ne steh ich scheiße über 0 2 2 steh ich äh da steh ich 30 5 oder so ich weiß nicht warum aber mit Masai habe ich immer so einen Drang mehr zu junglen als auf der Lange zu bleiben, ne kennst du diesen Drang? ich bin Level 16, ganz einfach, ey ich bin höher als jeder von denen ich hab mit Fizz das höchste Level hier ah Lux, Lu, okay das sind mir ein paar viele ach ihr seid bei, ach Fizz ist ja auch noch da ich finde mich das jetzt nicht macht Kallister sollte ne Kallister nicht einen schneller attackieren dafür hat sie aber grad ziemlich langsam attackiert finde ich gerade das dauert aber übel zu Tech Speed eigentlich komm lass mal von hier so Alter, die Lux ey die Lux, entweder die macht die Lange Treffer oder die hat hier irgendwo ein Ward stehen, ne ah guck dir die Lux da an 10 Leben ey Kallister so verdient so verdient Kallister, ne das ist jetzt aber echt ist jetzt nicht gut ausgegangen, aber für Kallister fand ich verdient Blitzcrank genauso komm, der der Fizz, der Fizz versucht sich mal wieder an den wie heißen die Dinger eigentlich, den Stones, ne ja so steil ist also kommt es gleich wieder so ne Lux und vorbei weil er echt das beste im Moment, ne aber anstand das er auch einfach mit der E wegjumpt oder so das aber echt so, die sieht man ja früh genug, sag ich mal ja gerade ich kam nicht weg ich habe überlegt, äh äh selbst wenn ich geflasht wäre wäre ich nach unten geflasht, aber die Ulta hat mich trotzdem noch erwischt der Fizz erwartet da der Fizz, der wartet da hat der Fizz, die überhaupt gerade getroffen nö der ist da einfach irgendwie dran vorbei, also der Machschaller, der auf jeden Fall nicht gemacht ich glaub der hat den, äh Vogel attackiert mit der Q mach mal Drake wetten die machen, oder machen die schwöre, die machen bestimmt alle Drake nein, machen sie nicht, ja dann mach es stimmt ja 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 deutscher ach so ich habe zwei bekommen geil ich gehe voll haben rein nur kriegt zwei so zu ich noch meinen mir zu ich mir noch mal angel und dann ist finde ich dann bin ich vielleicht im bild macht ihr macht einfach so ein fan auch das problem ist die wollen auch immer aufgeben schade auf jeden fall das war es dann mal wieder für heute meine lieben freunde und dann manchmal sagen tschüss und bis zum nächsten mal ja